Dach zusammen, wieder einmal neigt sich eine faszinierende Reise dem Ende zu. Und wieder einmal bin ich zutiefst berührt von dem unglaublichen Reichtum an Kultur aus verschiedensten Epochen hier auf dieser Mittelmeerinsel Sizilien. Zum Beispiel von der Kaiservilla Romana Casale bei Piazza Amerina. Dort sind die großartigsten Fußbodenmosaike dieser Welt. Dazu folgende Geschichte. Als sie ein junger Bursche war, hörte ich zum ersten Mal das bezaubernde Chanson von Reinhard May über Orpheus. Ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharrten sich friedlich um ihn her. Wenn er über die Seiten strich, schwieg der Wind und das Meer. Das hatte ich also gelernt, dass Orpheus die Tiere durch seinen Gesang anlocken kann. Aber erst in dieser Villa Casale habe ich gelernt, dass Orpheus nur für die Landtiere zuständig ist. Für die Wassertiere gibt es einen eigenen Musikgott. Und das ist Arion. Er wird dargestellt auf dem zentralen Mosaikfußboden in dieser Villa. Arion war ein Hermaphrodit, heute würde man sagen Kategorie Sternchen, divers. Und damals wie heute gab es Menschen, die diese Menschen, die anders waren als die anderen, zutiefst hassten. So auch Arion. Man wollte ihn über Bord werfen in den Tod. Und der Kapitän stellte ihm eine letzte Frage, ob er noch einen letzten Wunsch habe. Ja, sagte Arion, ich möchte noch einmal singen. Und er hob an, seine vermeintlich letzte Arie. Arie kommt von diesem Arion. Und dann geschah es. Alle Tiere des Wassers kamen. Sie umschwammen das Schiff. Sie erzeugten einen Sog. Und das Schiff ging unter. Und Mann und Maus ertranken. Außer einem. Arion wurde gerettet von einem Delfin. Jetzt wissen wir ja durch C.G. Jung, dass es in allen Mythen und Geschichten, in allen Religionen fast dieselben Geschichten gibt, sogenannte Archetypen. Und dass jemand aus dem Wasser gerettet wird, sei es nun durch die Arche Noah oder Jonas durch den Fisch, hier eben auch. Und dahinter steckt, dass das Wasser auch Symbol des Todes ist. Wenn also Jesus über das Wasser geht, geht er über den Tod. Wenn Jesus den Petrus aus dem Wasser rettet, rettet er ihn aus dem Tod. Das ist die österliche Perspektive. Sie wird auch in diesen Geschichten erzählt, dass eben der Tod nicht das letzte Wort hat. Und interessanterweise, in der christlichen Ikonografie gibt es drei Tiere als Symbol für Christus. Pelikan, Einhorn und Delfin. Christus ist also jener Delfin, der aus dem Tod rettet. Wie auf dem Bild Arion in Romana Casale bei Piazza Amerina. Denn im Garten des Lebens ist diese österliche Perspektive der beste Dung. Arrivederci a Sicilia, sagt der bergische Jung.